Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte Sie im Namen der Stadt Karlsbad und auch in meinem Namen ganz herzlich begrüßen. Dieses Jahr war für uns alle sehr schwer wegen Covid-Pandemie. Ich hoffe, wir werden die aber schnell überstehen und dann können wir uns wieder im Jahr 2021 treffen. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Adventszeit und frohe Weihnachten. Ich wünsche Ihnen allen und frohe Weihnachten und frohe Weihnachten und frohe Weihnachten. Die beiden Stadt, Baden-Baden und Moncalieri, sind gemellte, aber besonders sind eine große Geschichte, antichissima, che le accomuna e da un rapporto solido di vera amicizia, oltre che di scambi che attualmente fanno parte e intessono i nostri rapporti. Per questo mi fa piacere salutare di cuore la sindaca Margaret Mergen e un saluto caloroso va anche al presidente dell'Associazione per il gemellaggio, Lutz Benike. Abbiamo in comune in nostri paesi e le nostre città in particolare una diffusa aspirazione, il poter vivere in un ambiente che sia sano, integrato, durevole e sostenibile. Ancora di più il dramma della pandemia che stiamo vivendo ce lo insegna e ce lo impone. Ecco, io credo che dobbiamo guardare a un futuro luminoso, un futuro migliore, un futuro che proprio la drammaticità di questi mesi ci insegna ad affrontare con forze rinnovate, con una capacità di ricostruzione diversa da quella che potevamo avere prima. Ecco, io sono sicura che con senso di responsabilità, con impegno e con coraggio, tutti i nostri paesi, la Germania, l'Italia, il resto dell'Europa e il resto del mondo si risolleveranno. Per questo ci tengo davvero con tutto il cuore ad augurarvi buon Natale e felice anno nuovo. Freiliche Weihnachten! Tanti auguri e a presto rivederci, perché quest'anno non abbiamo potuto farlo, ma sicuramente l'anno prossimo ci incontreremo. Auguri! Buon Natale! Buon Natale! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Margret Mergen, liebe Einwohner und liebe Freunde in Baden-Baden, aus Sonnengestadt Yalta, der Perle der Krim, möchte ich Ihnen ganz herzlich begrüßen und die besten Wünschen zenden. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und alles Gute zum neues Jahr. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. Mögen Sie die Träume von Bürger aus Baden-Baden im neuen Jahr in Erfüllung gehen. Ich wünsche allen Einwohner der Stadt Baden-Baden viel Gesundheit, viel Glück, gute Stimmung und schöne Weihnachten im Kreiz Ihrer Familie. Und ich wünsche der wunderbare Stadt Baden-Baden, die zwischen Fluss Oss und Schwarzwald liegt. Viel Erfolg und Entwicklung im neuen Jahr. Ich wünsche alle Leute in Baden-Baden frohe Weihnachten und alles Gute zum neuen Jahr. Und ich hoffe mich sehr auf unsere Beziehungen und Partnerschaft zwischen Yalta in Baden-Baden im nächsten Jahr. Herzlich Willkommen nach Yalta. Frohe Weihnachten und alles Gute aus Yalta. Einen schonen, gesundes und erfolgreiches Jahr. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und alles Gute aus Yalta. Einen schonen, gesundes und hoffen. Deine BRin-Baden. Frohe Weihnachten. Ciao wo проблем. Caro B... Shevoo – ciao wo. Untertitelung des ZDF, 2020